Frechen Gören, du. Da hat die Junis aber nicht ganze Arbeit geleistet. Hier werden gerade die Jagulea. Hallo, Lauren. Mit den Judeskindern vergesellschaftet. Unter Aufsicht unserer drei Kindergärtnerinnen. Unsere neue Mitarbeiterin, die Frau Dellen. Dann die Eva und die Laura. Haben alle Hände voll zu tun. Kleine Terrier. 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 Schau, Schau, Schau! So ein furchtbares kleines Stimmchen. Ich glaube das schlimmste haben wir hinter uns. So ein furchtbares kleines Stimmchen. So ein furchtbares kleines Stimmchen. So ein furchtbares kleines Stimmchen. So ein furchtbares kleines Stimmchen.